Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge, jetzt zurück zu Grauendead. Er macht dies und ich mache das. Willkommen zu. Heute in der Folge, wir haben rausgefunden, dass wir den Hammer uns schon haben, den zweiten. Wir müssten den nur craften und dafür bräuchten wir halt ein paar Sachen. Zum Beispiel Stinkelkäferpart, was auch immer, der Berry Leather und Bowling Glatt, Glint, was auch immer, Duttys. Aber das kriegen wir auch noch raus, nicht? Ahan Glint. Das andere ist, bei dir sieht man ja, dass man bei mir niemals sehen wird. Und bei mir? Ah, man sieht jetzt alles nägelnagelneu scharf. Bei ihm, er macht sowas nicht, er bleibt noch auf der deutschen Version, ich bin jetzt auf der internationalen Version. Also, der deutschen Internationalen, Internat, Internat, Nation, die Internat. Und ja, wir wollen uns jetzt auf jeden Fall auf die Stinkelkäfer losgehen und auf die Marienkäfer und heute eine große Jagd machen. Die große Jagd beginnt heute. Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen ausrüsten mit Rüstung und so und was so halt noch alles geht. Müssen wir mal gucken, was, wie viel Rüstung und welche Rüstung überhaupt geht. Müssen wir halt mal alles nachgucken. Rüstung ist was für Schwächlinge. Gibt es oder kennst du dieses A-Korn-Shell-Ding? Weißt du, woher wir das haben, dieses Item? Das ist praktisch dieses Schalen-Nuss-Dings-Boomster. Ah, ja. Die Ahonen, also diese Eicheln. Sehr gut. Die bauen wir ja für die Drohnen. Jetzt können wir die nicht fertig bauen, weil ich habe so viel Müll. Auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Also, du hast gesagt, Waffen bräuchten wir, sollen wir uns diesen Spike, äh, diesen, was auch immer, diese Pixel, Pixel nehmen. Ja, aber dafür brauche ich, äh, Lianen noch. Haben wir Lianen oder wie auch immer die hier im Spiel heißen? Hä? Warte, habe ich jetzt. Die gehen durch Fiber. Haben wir noch. Komisch. Merkwürdiges Zeug. So, zwei. Soll ich dir dann gleich eine Axt mitmachen? Eine Axt? Also so ein Holzknüppel? Was für eine? Ja, kannst du machen. Die Dinger behalte ich. Das sieht aus wie so ein Virus, dieses Zeichen da, oder von einer alten Ägyptern damals. Ähm, ich hab's jetzt hergestellt, aber ich hab keine Ahnung, wo es ist, da mein Inventar von's. Ja, äh, ist wahrscheinlich weg. Nee, da ist es. So, ausgangspinweben. Die Dinger tue ich da rein. Dann gucke ich mal gleich, ob ich nochmal. Also dafür brauchten wir Tristel. Was für ein Ding? Also solche Nadeln von der Distel. Distel, nicht Tristel. Ach so. Haben wir noch Distel-Nadeln? Nee, wir haben noch nie eine. Oder müssen wir die uns? Wir haben doch noch nie eine umgemacht. Doch, wir haben schon Disteln umge- dagegen gehauen, mindestens. Ach, da sind noch mal ein bisschen Distel-Nadeln. Dann stellen wir nochmal eins zu den Herren. Herr. Die Dinger kommen da hin. Die Flugdinger kommen nach unten rechts hin. Äh. Ah, der ist so doof wie der Inventar. Dass wir das sortieren, dann ist es doch nicht sortiert. Ganz, dann knüpfe. Ganz hässlich. E. Dein Knüppel ist jetzt schon mal fertig. Schau, jetzt Rüstung. Welche Rüstung würdest du denn vorzugen? Äh. Keine Ahnung, welche Rüstung es aussieht. Oh, oh, oh. Okay, das sieht gut aus. Oh. Oh, das sieht gut aus. Ja, damit kann ich mal eher da. Welche Rüstung nehmen wir dann? Ich muss gleich wiederkommen. Manche Leute sind nicht fähig, Türen anzulehnen. Gut, dann unterhalte ich kurz. Das wird schwer für mich, aber ich krieg das hin. Das ist echt schlimm. Weißt du, man lehnt die Tür an und da will man sie wieder... Oder man will die Tür extra so haben, kommt irgendjemand rein und der macht das... Er lehnt sie an, aber mit nur 20 Zentimeter Spalt. Ja, ist doch. Bisschen Spalt. Ja, ist auch angelehnt. Bloß nicht so wie es davor war. Also, ich kenne einen weißen Mann, der wird da einen Satz dazu sagen. Den kennen wir gut. Ach, die wohnen halt am Berg. Alle Leute wohnen... Mit dem, den kann man... Gerade mit schnellen... Irgendwann läuft es genauso schnell. Habe ich es jetzt hier irgendwo hin? So, stimmt. Da stand dran, dass ich es getroppt habe, aber wohin? Das weiß ich nicht. Ich wollte ja... Stimmt, die Dinge brauche ich wieder. Die müsste ich mitnehmen. Ja, habe ich es jetzt nicht mehr mit, Tau, da habe ich es getroppt, ich checkste. Und liegt nix. Ich sollte einfach mal Sachen ablegen. Sagt, dass du mich mit... Oh, stimmt, ich habe ja dran. Stimmt. Ich brauche es nur noch Lianen. Sind da welche drin? Nein, das Kraft muss ich dir ausziehen. Also, ich habe irgendwo hier einen Kopf schon hingeworfen. Ich weiß aber nicht. Genau. Kraft. Das ist geil. Sie stößt hier irgendwo... Ist halt die Frage, wie weit ist es denn geflogen? Hier liegt auf jeden Fall nichts. Das Ding ist, ich sehe es halt auch nicht. Ist halt weg. Ich habe irgendwie so ein Kopfding. Und da stand eigentlich dran, dass ich getroppt habe. Ah ja. Was soll's. Äh, ich habe es. Das ist ziemlich nah nach hinten geflogen. Container ist empty. Gut, ich hole mir mal ganz kurz was zum Trinken, weil ich jetzt so ein Ding habe. Könnte man eigentlich den... Was ist das jetzt die Frage? Mal schauen, ob hier Regentropfen sind. Da ist einer. Und? Da ist einer hingefallen. Heißt. Vier. Gut. Oh, kann man da mehrere mit aufsammeln? Ich hoffe mal, es gibt irgendwann auch einen größeren Rucksack. Ich glaube nicht. Nach dem Upgrade sieht er nicht aus. Da muss ja das ganze Inventar... Also, komplett das ganze Layout ja größer und anders da werden. Hast du Group... Also, Trinkendinger gemacht? Ich habe eins gemacht. Mehr Martendinger hatte ich nicht. Du hattest gleich noch welche oder... Oder hast du welche miteinander? Weil, äh... Group... Heißen die Group... Krop. Krop. Wie auch immer. Containen. Craften? Die sind bei... Ne, heißen Kantine. Die sind bei Helfen Snacks. Weil, ich weiß jetzt nicht genau, was das hier ist. Das weiß ich auch nicht. Dann kann ich ja mal nachher herkommen. Ich mache es hier rein. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Dann kann ich die mal angucken. Okay, mache ich dann bald. Ich brauche wieder eine Fackel. Man kann sich, so wie es aussieht, mehrere Wassertropfen da einladen. Es ist nicht nur eine Trinkration, es sind mehrere. Das ist gut. Also, bis jetzt habe ich... Zwei Dinger da drin. Heißt, ich kann zweimal da rausdrängen können. Mal schauen, wie viele da reinpassen maximal. Vielleicht gibt es auch irgendwo eine Anzeige. Okay, es passt nur maximal zwei rein. Ja, gut. Ja, aber das passt, wenn man mal unterwegs ist, längere Zeit irgendwo. Dann trinkt man zweimal raus, dann hat man wieder Dosen. Wir brauchen die Blätter hier, um mir ja noch Rüstung herzustellen. Mehr geht momentan. Warte, was hast du vorhin gecraftet? Weil hier liegt was, was du gecraftet hast. Also, hier liegt Cloverhood. Ich lege es mal in die Truhe rein. Ich habe es mal in die Virus-Truhe gelegt. In welche? Virus-Truhe. Die aussieht wie ein Virus. Hä? Schau einfach rein. Das ist eine Spinne. Sieht aus wie ein Virus. Ich sage, das ist dein Kopf. Das ist eine Spinne. Ja, und das ist deins. Dein Kopf. Das ist was... Du hast es da hingeschmissen. Zieh deinen Kopf an und kommst... Irgendwas wollte ich machen. Ja, komm mal schlafen. Es bringt mich nicht mehr raus, ich bin auf der Suche. So, das wollte ich. Ja, du sollst erst mal deinen Kopf anziehen und dann schlafen. So, ich gehe erst mal schlafen. Nee, schlafen ist nicht gut. Da fällt mir so viel Essen und Trinken. Ist das nicht... Was? Guck mal unter dem Blatt, äh, was das Group-Ding da ist. ob du das kennst oder unter dem Blatt ja und wir müssen auf jeden Fall noch mehr von den Blättern holen ok hier Groob oder welches Groob meinst du denn bei dem Blatt drin ja da ist jetzt natürlich nur die Frage Groob schreibt man G-R-O-U-P und das habe ich nicht gefunden Groob 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 mit O Groob mit U das ist Englisch das spricht man bestimmt mit O aus ich hätte es gedacht man spricht es mit Grub also Grub es ist halt die Frage welches meinst du es gibt da zwei ich leg's dir einfach da auf den Boden wie wär's damit es gibt da zwei da drin drei sogar drin von den Dingern was ich mag ist ja noch schlimmer kommst du mit oder ähm wohin ist mit wohin ist mitgehen ja farm ich bin grad schon am farmen ich bin hier oben und farm und tu die dann in die Basis einlagern achso wir brauchen aber noch die anderen Blätter für die Rüstung ja die findet man keine Ahnung überall meinst du diese Blätter die auf dem Boden so rumwachsen oder diese Kleeblätter wahrscheinlich äh du schießt die Kuh ja hier geh zack kann man wunderschön aufstapeln komm mal her nimm auf ja das da rein das das ist von der Made ist so Saftschleimgedönse achso hab ich auf jeden Fall aus der Made ja ich weiß noch nicht wofür man das verwenden kann aber ja ja dann lass mal jetzt los kurz und ähm halt noch ein bisschen was sammeln ja Moment so du 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 und das ist halt jetzt die Sache daher wie hier oben sind einerseits gut wir werden nicht angegriffen einer andererseits schlecht wir müssen Milliarden von Kilometern laufen bis wir items farmen können naja man kann runter fliegen aber da muss man wieder alles hochlaufen jup jup deswegen müssen wir uns mal irgendwann mal da an die Rampe kommen unterwärts so ich hab die Dinger hier sechs ausrüsten runter und shift das ist ja auch kurz zum boden ab aktivieren könnte man auch aber dann ist es nicht so schön weißt du wo die kleeblätter waren das ist so akku ja andere richtung praktisch durch die kaputten grashalme und dann sind da die kleeblätter ja ich schwimm mal geradeaus durch so richtung baum ja da hinten sind auch welche gut dann holen wir uns jetzt welche aber die da drüben da drüben die da drüben sind halt und eher an der base also eher an der Rampe die anderen Dinger achso naja ok du gehst ein Stück nach rechts machst du schon ja das macht ja nix du kannst da drüben welche holen ich pflück da drüben welche achso achso ich komm schon wie sieht das aus wenn man ganz schnell hoch geht manchmal habe ich so ein paar dann haben wir wieder bei ja hier sind auch noch klee also hier habe ich auch kleeblätter genau da drüben waren glaube ich welche tolls bin ich irgendwo eingefallen achso wie sieht das hier aus also ich will nichts sagen aber der tümpel das sieht recht dreckig aus da sind überall blätter drin jup das habe ich mir auch schon wieder aber was soll man machen und es backt beim schwimmen das äh immer intakt äh backt das intakt alles mitnehmen was du auf dem weg klar alles mitnehmen wenn ich irgendwo noch ach ich juck dir auf der zunge spinne weiß zwar nicht wie das geht aber es funktioniert tja wo sind denn jetzt die klee da sind die die kleeblätter 3 3 3 alle sind ich hoffe es gibt auch vier kleebrücke wenn ich dann wärs traurig ist das ne gute sieht mir die kleinen besser aus ja blödes spiel was ist geschehen ne wegen kein vierblätteriges kleeblatt achso das meinste ja das ist aber kann die dinge auch rumknicken die kleinen sind halt besser schlägt mal einmal drauf und dann lassen sie sofort die blätter fallen das kann sein so sieht auf jeden fall interessant aus ich muss vor allem immer noch ich muss immer noch meinen rucksack entleeren der liegt da drüben immer noch seit ich weiß gar nicht wie vielen folgen vor 1000 folgen so ähm ich bin fast voll und bin auf dem rück auf der rücke hä auf der rücke auf der brücke gleich auf der brücke auf der rücke ok das hier ist ein Rasensprengler ein Rasensprenger drüben ist die Lampe ich glaub da hinten hm ist die Frage da waren wir schon länger nicht mehr wo? hinten in dem anderen Gebiet wo wir mal praktisch äh wo wir mal zu dem Tisch gegangen sind da waren wir ja schon länger nicht mehr ja stimmt müssten wir eigentlich mal wieder hin und zu gucken ob da wieder was neues geht ja ich fahr mir grad da hinten und da ist nichts neues jetzt immer noch der Tisch und ein leeres Gebiet schau da frage ich mich gerade nur könnte es nicht auch nehm ich mit ich frag mich halt was passiert ob die Tiere da hinten rein können wenn wir jetzt verfolgt werden von irgendwas ob die da hinten noch checken dass wir da drin sind weil es ist eigentlich ein Sperrgebiet ob die KI das blickt also ich vermute mal dass wir da drin nicht bauen soll weil ich hab halt aber einfach abgerissen wenn da was Neues ist das kann sein man kann einfach reinlaufen und so ging ja vielleicht müssten wir mal da komplett lang laufen um zu gucken ob da vielleicht irgendwas Neues ja aber das sieht man ja glaub ich im Update in diesen Update News ob da jetzt irgendwas kommt bisher stand da nichts es gab zwar ein Update aber das war ja ein cooles Easter Egg das kann auch sein aber wenn dann wird es doch rausgepatcht oder es bleibt vorhanden keine Ahnung da kommt immer auf das Easter Egg drauf an das stimmt da kann man ja in die Hütten irgendwie reinlaufen oder so und dann ist da keine Ahnung richtige Einrichtung drin und man kann sich die Einrichtung angucken oder was auch immer wäre aber auch interessant gewesen wenn da jetzt irgendein gefährliches Tier in diesem Gebiet des Nichts wohnt der Hund ich weiß nicht vielleicht lebt der da drin ja sein Zuhause ist das nichts bisschen traurig aber naja so ist das halt heutzutage wie viel Kleeblätter kann ich eigentlich sammeln ah noch zwei immer noch zwei hä muss ich nicht die anderen liegen einfach auf den anderen drauf jetzt komm ich zurück also wie voll jetzt habe ich 1 2 3 4 5 6 7 6 Inventory voll komm ich da durch ja da komm ich durch lala hier irgendwas merkwürdiges ist das alles in a die zweite die zweite hand wahrscheinlich also man kann irgendwo so erst sich in die zweite hand packen das kann sein gut ich ich habe auf jeden Fall komplette Rüstung an was fehlt dir jetzt eigentlich noch an Rüstung an den Kopf hast du ja oder nö der liegt in der Truhe und warum hast du den nicht an weil ich nicht angegriffen wurde den muss man doch die ganze Zeit drin haben man kann den man weiß doch nicht wo man angegriffen wird das stimmt zum Beispiel von dir wenn du die linke Maustaste mal wieder nicht unter Kontrolle hast dann brauche ich das auf jeden Fall genau bei mir ist es so ich komme immer auf diese linken also links habe ich ja nochmal zwei Tasten und ich komme da jedes Mal drauf immer komme ich da drauf das nervt mich echt ich habe halt den Daumen der Daumen berührt halt die Taste das nervt eine Sache könnten die noch ändern im Spiel man zieht erst wenn man kurz davor ist die ganzen Bauwerke die werden dann geladen nach und nach das ist doof hast du Blend Fiber irgendwo das ist ein Blend Fiber das ist ein Blend Fiber ach das meinst du ja das habe ich vier Stacks gesammelt ja hier ist auch noch was perfekt weil ich habe jetzt die Rüstung auch noch fertig gemacht sind wir schon wieder bei 27 Minuten das ist schon eine lange Folge aber jetzt haben wir eine komplette Ausrüstung für beide und können nächste Folge auf die große Schlacht umgehen aber es geht halt schnell wir sind bereit für den Krieg so la 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 wo hast du deinen Kopf versteckt den habe ich in eine Kiste rein in die vorderrechte oder oder in die hinten rechts oder in die hinten rechts oder in die hinten rechts in deine Alien Küche oder genau so das ist halt die Frage das Ding hier vorher nicht die Sortierung existiert auch nicht das ist doch ich tu es einfach irgendwo rein die ist voll ja ich hab sie da rein gemacht das ist voll in deine Alien Kiste in deine Alien Kiste ja aber das ist jetzt auch voll sind alle voll ja jetzt müssen wir bald dann auch nächste Tour wenn wir jetzt auf die Schlachtung gehen können wir ja auch ähm die Schlachtung wie können wir jetzt eigentlich Sachen reparieren weißt du das? ja das weiß ich äh dafür brauchst du diese Steine die sind auch hier drin mit den Steinen die wir abgebaut haben und dann wie macht man das? geht man da drauf und dann reparieren oder was? ja du gehst einfach rechts klicken dann Repair und dann ist es reparilliert ah boff perfekt danke bitte so dann 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 zieh dich mal an dann zieh dich mal an dann zieh dich mal an dann braucht man jeden Spiel 3 äh 4 kann man die Kamera irgendwie von vorne machen? Egal zieh dich mal an vielleicht U und dann Doppel U hast du alles an? und dann Dins und U das siehst du doch schau mich doch an weiß ich nicht ja hast du ich seh aus wie du bloß anders und ich seh dass du wieder kein Leben hast ja stell dich mal hier hin ganz gut genau da da genau da und jetzt guck mal zu mir nein nicht essen bäh das ist bäh guck mal zu mir nein nicht nach oben geradeaus zu mir ich bin nicht im Himmel ich bin nur noch nicht tot ich bin nur noch nicht tot danke ich schreife hin schau mal zu mir ja ja ich schau drauf schon ja du bist was geworden ha bestimmt wenn nicht dann mach halt noch mal los kauf du was beim Aldi dann jubel halt noch mal los jubel noch mal so cool ich hab gejubelt so so jubi ja oder so hey wo ist denn noch ein jubel ist das jubel? ne das winken ne das zeigen das zeigen hä? das jubel gut egal jetzt hab ich genug Fotos gemacht also dann bis zur nächsten Folge da gehen wir auf die große Schlacht also tschüss tschüss und die müssen wir noch erforschen die Kleidung ich auch noch ein Pfand nehmen an hä? nö das holt nicht aus der Folge raus gut also dann tschüss ich nehm da irgendwas so das nehm ich halt dich so irgendwie keine Ahnung Baumpfusch ich nehm einfach hier die Texte vom Boden passt auf so oder ich nehm den Auge trank oder hier das ist fern sie nicht bis sie haben sie